Fette Grüße und herzlich willkommen hier bei Hot O Gaming, heute wieder mit Minecraft. Und es geht da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Auf meinem Madeira. Das Feld wird neu angepflanzt. Die Tresbuntos sind da drüben auch wieder. Wer diesen Begriff nicht kennt, schaut euch Blood-In, Blood-Out an. Sehr guter Film, sensationell. Das hier ist nicht gut. Also dieser Creeper da mitten in meinen Schafen gefällt mir gar nicht. Aber sensationell gelöst, die Situation, ohne dass er mir meine Schafe oder vor allem hier mein Gehege wegsprengt. Das haben wir geschafft. Mittlerweile habe ich auch gelernt, dass es gar nicht so schlecht ist, ein bisschen Zucker zu haben. Ich spiele ja immer mit meinem Sohn im Mann. Und der steht total drauf, wenn ich ihm Raketen baue. Also dieses Feuerwerk. Und dazu braucht man Unmengen Papier, habe ich festgestellt. Also für meine Verhältnisse Unmengen Papier. Das ist wahrscheinlich für die Hardcore-Zocker, die jahrelang Minecraft spielen, wahrscheinlich nicht so das Problem. Aber ich bin halt der, der keine Ahnung hat. Und dann immer jede Ressource, die er irgendwann braucht, suchen muss ohne Ende. So, jetzt schauen wir mal. Zucker für Papier. Kann ich das auch im Sand anbauen? Mal schauen, ob es hier wachsen wird. Werden wir sehen. Angebaut ist schon mal. So. Dann haben wir hier noch, das können wir noch sehen da hinten. Ja, meine Insel wächst langsam, aber stetig. Die drei Typen haben sich verzogen, so wie es ausschaut. Sehr gut. Dann kann ich einmal das Fleisch, was ich gerade bekommen habe, in den Ofen schmeißen. Und mal nach unten in die Höhle gucken. Und wie immer kann ich hier die Erde brauchen, weil damit bauen wir aus. Ja, hier haben wir auch ganz schön, ganz schön ausgebaut hier. Das ist auch schön. Passt. Lieber nicht, sonst stürzt das Ganze ein. Das ist unser Gang, der irgendwann mal zu unserem Headquarter führen soll. Jede Menge Erde. Nehmen wir natürlich gerne mit. Können wir später wieder mit Steinen auffüllen. Aber erstmal nehmen wir die Erde mit als solches. Ja, ich weiß, ich weiß, es ist ein sehr, sehr langfristiges Projekt. Meine kleine Insel, aber hey. Wir haben Zeit. Auf der anderen Seite bin ich immer auf der Suche nach neuen Spielen. Momentan hätte ich gerne irgendwas. Ich bin am überlegen, ob ich mir Formel 1 holen soll und eventuell ein Lenkrad. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt es in die Comments. Mir würde es auf jeden Fall gefallen. Also ich glaube, so Formel 1 fahren mit Lenkrad will mir Spaß machen. Ich müsste mich komplett reinfuchsen. Ich habe diese Rennspiele seit Jahren nicht mehr gespielt. Und ich meine wirklich seit Jahren. Auf der Playstation, glaube ich, hatte ich irgendwann mal ein Rennspiel. Aber irgendwie hätte ich momentan Lust drauf. Überhaupt hätte ich momentan Lust auf ein Spiel. Das mich auch wieder länger fasziniert. Satisfactory und Minecraft faszinieren mich beide. Das Einzige ist, ich spiele es immer online. Das heißt also, was heißt online? Also immer so, dass ich auch aufnehme dabei. Und dann ist es einfach nicht das gleiche zum Relax-Spielen nebenbei. Und wenn ich bei diesen Spielen eine separate Welt mache für Privatspielen. Also privat jetzt eben nicht für Aufnahmen. Dann komme ich da meistens dann durcheinander. Wo habe ich was gemacht? Habe ich bei der Aufnahme das jetzt gemacht? Oder habe ich das in der privaten Welt gemacht? Und dann muss ich mich immer wieder neu orientieren. Und das macht mir keinen Spaß. Jetzt könnte man das so sagen, ja, ich spiele weiter, auch wenn ich nicht aufnehme in dem Spiel. Dafür habt ihr dann Sprünge drin. Die Frage ist, wer genau verfolgt eigentlich das so, dass man sagt, hey, ich verfolge alle Folgen, schau mir alle Videos an. Das sehe ich ja anhand der Aufrufzahlen. Das ist ja auch nicht so. Man schaut halt ab und zu mal rein und sagt, okay, ist es jetzt gerade was Lustiges für mich oder nicht. Aber wenn man irgendwann dann die Lust hätte zu sagen, hey, ich mache das mal so, dann wäre es einfach nicht das Wahre. Das heißt, so ein neues Spiel, das mich so richtig reizt, wäre schon was, hätte was. Kann auch gerne was Längerfristiges sein. Also muss nicht irgendwas sein, wo ich sage, hier, ich spiele fünf Minuten, dann ist gut. Ich weiß, da ist der absolute Trend momentan so, dass hauptsächlich Spiele gespielt werden, wo man in fünf bis zehnminütigen Runden einfach spielt, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute meistens nicht viel höher ist. Das ist nicht unbedingt mein Ding. Da bin ich also jetzt nicht unbedingt der große Fan von. Und wenn ich das jetzt alles wieder zubaue, wozu habe ich es dann abgebaut? Ja, um an die Erde zu kommen, klar. Schaufel. Weil ich brauche die Erde oben auf meiner Insel, um mal eine Ebene zu machen. Aber schauen wir mal weiter im Gang. Ich nehme jetzt einfach mit. Man muss ja nicht alles mitnehmen, komplett, aber so ein bisschen was geht schon immer. So, und hier werden wir den Gang weiter vorantreiben. Jetzt machen wir jede Folge in mein Stück. Oh ja, sehr schön. Das ist doch mal sehr gut. Alles mitnehmen, was da geht. Das war jetzt nicht so gut. So, den hier auch mitnehmen, klar. Und das Eisen. Eisen kann man auch nie genug haben. Und die Erde sowieso nicht, wenn man auffüllen muss nachher. Hier geht mein Gang ja weiter, das heißt, da muss ich sowieso lang. Redstone nehmen wir natürlich auch mit. Immer diese Abweichungen vom Gang, wenn man sagt, hier, man nimmt ein bisschen Erde mit, die außen rumliegt. Das wird echt interessant, wo ich rauskomme. Aber das macht ja nichts. Wir brauchen die Steine sowieso, um aufzufüllen. Um oben auf der Insel auch mal ein bisschen Berge zu bauen, also Berge, Hügel. Berge ist übertrieben. Aber später sollen auf der Insel auch mal ein bisschen Hügel sein. Die Insel will ich auch erweitern. Stück für Stück immer mehr. Werden wir mal sehen, wie weit wir mit dem Projekt kommen. Ist auch alles eine Frage der Spielzeit. Wie viel Zeit steckt man da wirklich rein? So, und jetzt sind wir bei Lava. Okay. Das heißt, hier sind wir bei einem Problem angekommen. Das ist schon mal okay. Lava kann man meistens besser lösen als Wasser, finde ich. So, hier haben wir noch Gold. Und Lava. Gold und Lava. War mir das Gold lieber, oder? Was hier überall die Lava will, verstehe ich nicht. Dürfte hier wahrscheinlich überall dahinter sein, oder? Da unten auf jeden Fall. Gut, dann werden wir da nicht mehr länger reingraben. Und dann machen wir wieder zu hier schön. Und dann haben wir noch ein paar Steinchen, mit denen wir das auffüllen können, zumindest zum Teil. Ups. Den wollte ich da nicht hinsetzen. Gut, dann laufen wir mal zurück. Wir haben ja ein bisschen Erde dabei. Den Redstone kann ich auch noch mitnehmen, oder? Aufgefüllt wird später. Das Auffüllen ist schon wieder so eine Bauamtssituation eigentlich. Man sagt, ja, ich hätte es ganz gern, dass es immer klar ist. Vor allem in diesem Gang, wo ich als Zugang nütze. Wenn ich dann sage, okay, ich versuche hier nachher mehr rauszuholen, dann ist das eine andere Geschichte. Aber jetzt erstmal für die Gänge, damit ich den einen direkten Gang habe zum Headquarter. Zumindest ist das ja der Plan, der langfristige. Das muss ich auch ändern. Ich mache unten zu, da wo das Wasser ist. Das mache ich zu. Und dann, dass ich genau weiß, hier muss ich umdrehen. Oh, es ist gerade Nacht. Okay, dann legen wir uns mal hin. So, und ein neuer Tag, ein neues Glück. Noch ein bisschen anbauen hier wieder. Und wenn ich schon mal dabei bin, dann werde ich mich jetzt mal drum kümmern. Hier die Erde ein bisschen. Ach ja. Okay. Die Erde ein bisschen aufzufüllen hier. Was ist das denn? Habe ich mich da noch nicht drum gekümmert, oder was? Das ist ein Skandal. Weil meine Insel, Madeira, ne? Muss ja auch ein bisschen grün sein. Da wir ja alle wissen, dass das ja Holz heißt, glaube ich. Holz oder Wald heißt Madeira, ne? Laut Umes Aussagen, irgendwas. Ich glaube, Wald, glaube ich, oder Holz. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Natur und Grün, und deswegen muss mein Madeira hier auch grün werden. Auch wenn es bis dato noch braune Flecken hat hier. Die wachsen aber dann mit der Zeit zu. Wichtig ist, dass wir irgendwann zumindest eine Ebene haben. Das ist so das erste Ziel. Die ganze Insel auf einer Ebene haben und danach können wir ja weiter schauen. Also tatsächlich respawnen hier die Tiere auf der Insel. Was nicht schlecht ist, was sein Quell für Essen sein kann. Oder auch ist. Aber Vordergrund Nummer 1 steht hier, wir bauen uns unsere eigene Insel. und vor allem bauen wir dann eine Bank drauf, legen da unser ganzes Geld auf und dann können wir sagen, unser ganzes Geld ist auf Madeira. Weil wie wir alle gelernt haben, zahlen wir weniger Steuern auf Madeira. Kommt natürlich immer darauf an, von wo man das aus betrachtet. Wenn jemand in irgendeinem anderen Steuerparadies lebt, dann ist vielleicht die Steuer in Madeira gar nicht günstiger. Da sieht man, so ein Gang in die Höhle bringt doch einiges an Erde hervor. ganz schön erschreckend, wie oft ich mich verbaue einfach. Ich könnte es jetzt natürlich darauf schieben, das ist alles die Schuld dessen, dass ich das alles so schnell mache, aber ich mache es ja nicht wirklich schnell. Ich passe einfach nicht genug auf. So, da haben wir doch wieder ein ganz schönes Stück hier gebaut. Nichts verschwenden, weil ich muss ja alles hier irgendwie selber wieder herbringen. So. Das heißt, die ganzen Ressourcen, die ich verbaue, muss ich ja irgendwie zumindest an die Oberfläche der Insel bringen. Es muss ja nicht alles auf die Insel gebracht werden, Gott sei Dank, weil ich es ja viel aus dem Boden holen kann und viel anpflanzen und so weiter. Aber generell wer bauen will, muss Materialien haben. schön. Da die Schweinchen respawnen, oder überhaupt Tiere respawnen, ich glaube, das ist relativ random, was hier respawnt. respawned. So, mein Zucker ist noch nicht gewachsen. Und hier haben wir noch eine Höhe auf der Insel, die nicht gut ist. Beziehungsweise auch das müssen wir wegmachen, weil wir wollen ja eine grüne Oberfläche haben. Und das würde dem erstmal widersprechen. Das heißt, wir müssen eine Ebene unter der sein, wo ich eigentlich hin will. und den Rest müssen wir abbauen. Dafür kann man auch sagen, wir füllen das dann aber auf damit. Das heißt, alles, was hier so außenrum ist, kann ich dann ruhig mit Sand auffüllen. Ob das stabil genug sein wird, werden wir sehen, aber wenn ich so an Dubai denke, man kann auch auf Sand bauen. Wenn man es richtig macht, mal sehen, wie lange das da hält in Dubai. Diese Palmeninseln und was die da alles aufgeschüttet haben. Das ultimative wäre natürlich, die Insel dann noch in irgendeine Form zu bringen, von oben her gesehen. Aber ich glaube, das steht überhalb meiner Kräfte. Schauen wir mal, da können wir uns später mal beschäftigen, wenn wir überhaupt mal irgendwas geschafft haben auf der Insel. Bis jetzt haben wir ja nur ein bisschen begradigt und sind da noch nicht mal fertig und haben einen Gang angefangen, der bis jetzt uns nirgendwo führt. Also werden wir sehen, wie wir das dann machen. Das Gute ist, hier kann man wirklich viel versenken. das Gute an der steilen Küste ist, es können nicht so einfach irgendwelche Eindringlinge rein, Knoten in der Zunge, es können nicht so viele Eindringlinge rein, aber man hat natürlich auch dann wieder selber ein Problem, wenn man runterfällt, da rauf zu kommen. Da kann man dann einen Sandkasten bauen mit dem ganzen Sand, den ich hier anbaue. Ich benutze natürlich weitestgehend dann als Füllmaterial, aber ich jump jetzt da nicht ins Wasser, um den zu holen, das mache ich auf keinen Fall. So. Okay. Hier wieder ein Stück weiter. Das ist dann nämlich die Schicht drunter und oben drauf kommt dann noch eine Schicht Erde. So wie es ausschaut, neigt sich der Tag schon wieder dem Ende zu. So schnell kann es gehen, so schnell ist der Tag vorbei. ja unterm Strich ist dann doch relativ hoch, das Ganze vom Wasser aus gesehen. und so schnell versenkt man einfach 60 Blöcke Sand. das geht einfach recht schnell. Ah, da ist schon wieder ein Schwein respawned. Respawnen die in der Nacht, ja. Nehmen wir mit, das Fleisch können wir brauchen. ein bisschen kochen müssen wir hier auch. Hier haben wir noch mal Erde für nächstes Mal zum weiter aufbauen. Aber ich denke, das war's für heute. Legen wir uns noch kurz schlafen, damit wir beim nächsten Mal mit einem neuen Tag beginnen. Das ist immer gut. Neuer Tag, neues Glück. So, und hier machen wir beim nächsten Mal weiter und damit Schluss für heute. Bis dahin, fette Grüße, euer Hotto. Ciao.